Hey, ja ich hab schon. Hallo, wir sind professionell. Naja, wir spielen Juwio und das Fenster kann nicht ganz aufgenommen werden, weil das Spiel nicht in Vollbildmoduswert kann. Was hast du genommen? Äh, gar nichts. Äh, ich spiel Ray Trafter Deck und er wahrscheinlich Blue Ice wieder und ich habe Stein genommen. Ich hab Papel. Ich hab Stein genommen. Du hast gar nichts genommen, du Lügner. Scheiße. Ich weiß mein Deck teilweise nicht. Oh, das ist ein Glück. Digga, was hab ich für den Müll? Ice-Dex. Ja. Ich hab nicht ein einziges Monster auf meiner Hand. Ich hab nicht eine sinnvolle Garde. Hab gar nichts. Hm, ich könnte das hier machen. Nee, ich kann die auch nicht machen, warte mal. Falls der nicht. Ich kann gar nichts machen. Ich kann das machen und jetzt sollte ich den beschwören können. Stopp. Und jetzt könnte ich das hier aktivieren. Das sieht aus wie so Käfer-Pokémon. Nee, nee, das ist ein Geflügel-Drache. Äh, jetzt sollte ich... Welcher war es von den beiden? Ich hab keine Ahnung. Äh, ich guck mal. The fuck, das war ein Level 4. Hab gar nicht aufgepasst. Alter. Ja, was kommt denn nochmal, was kommt denn nochmal? Krass, Alter. Ah. So ein heftiger Kenner bin ich, warte, was du jetzt losst. Hä? Oh mein Gott. Warte, ich kann irgendwas aktivieren. Das kann ich aber nicht. Ich hab ihn nicht ganz gelesen, im Endeffekt. So. Ey, der aussieht auch wie der Main-Character von Redo hier. Ja, warte, ich weiß ein Hahn. Ich hab ein Special, äh, äh, Drank von Redo bekommen. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich kann einfach hier jede Zauberkarte einfach vertaktlegen, weil die mir nichts bringt. Ich kann nichts machen. Ja, wahrscheinlich, ja, einfach so, ähm. Ich darf mein Todschau auf meiner Hand. Äh, äh, ein Zauberkarten. Ja, ja. Was ist der Sinn der Karte? Ach so, ich zieh einfach immer mehr Karten aus deinem Deck. Hä? Spezialbeschwöro-Armung. Wie unfair ist das denn? Setzung. Das macht tausender viel, total easy. Scheiße, falsch rum. Ich kann auch irgendwas aktivieren. Ich kenn den Effekt, aber warum nicht? Ja, bitte. Profi. Ich kann auch irgendwas aktivieren, 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 einfach alles, Mann. Vielleicht einfach mal ein ganzes Deck auf dem Friedhof. Gerade ist irgendwie witzig. Finde ich nicht. Beschwören. Hm. Ich bin mir echt ein bisschen mehr entgegengekommen. Warum? Weil ich dir nicht so viel Damage machen. Weil ich nur Zauberkarten habe, die, äh, was von meinem Friedhof beschwören können. Ach scheiße. Und du hast mir ganz freiwillig Sachen auf dem Friedhof geschickt. Beende ich auch mal deinen Zug. Hm, das könnte hilfreich sein. Du und du. Das ist wahrscheinlich ziemlich dumm. Äh, aber ich will es gerade tatsächlich so, so und jetzt. Ach scheiße, der Effekt ist negativiert. Ja, dann weg mit dem. Nicht gebraucht. Was ist ja ein Neger? Ja. Äh. Ich will dich. Hä, was kann der? Oh, der hat irgendeinen Effekt. Ah, der. Nice. Kannst du endlich mal warum machen? Ah, geil. Okay, gut. Junge. Lass dich rein. Endlich. Spiegelkrascht, oder? Nein, das wäre es jetzt. Ach so, okay. Ähm. Da ist, ach so, ja, stimmt. Dann kannst du endlich mal. Junge, wie lang denn noch? Alter, du bist jetzt so nervig. So. Ich hab noch einen Special Drachen. Ah, Junge. Und noch einen. Was? Äh. Sechs? Ich weiß nicht. Wenn ich one or more da... Monster from UGI, der... Ähm. World Jesus on the rank increase the target monster. Hier könnte auch passen ein Lumber aufmachen. Was? Puh. Das klingt jetzt nicht so nett. Oh, oh. Aber ich glaub, den konnte man effektiver beschwören. UGI. Special. Da. Da ist noch sieben oder acht. Wo? Was? Ich versteh' das nicht. Weil, was? Nee, ich hätte da alle meine Zommerkappen. Weil, weil die nicht funktionieren. Fuck it one level is seven or dragon monster in UGI. Was ist da in meinem GI alternativer blauiger Drache? Das ist die Sache richtig. Geiles Spielmann. Was ist Level 8? Welches Level dachte er sein? Nur sieben oder acht. Ja, nice. Und der hier einfach nur ein Drachen. Ja, gefühlt erfinden die sich manche Effekte. Hast du das Spiel auf Englisch? Das ist aber nicht gerade zuschauen. Das hab ich nicht gewollt. Doch, hab ich. Hä? Was denn? Könnte doch wohl Englisch lesen, ihr Wichser. Lelelelelelelelelelelelelele. du mein name ist kapiebra was aber so weit du nichts besonders hast kannst du mich nicht töten geht es wäre schön zu erzogen das kaltrund der grüder herrn aber ich will nur um ja jetzt sei es kaputt gehen nie als scheiße ich hab den so langweilig ja meine ich habe mir auf den verbanden deck der verbanden stadt das ist ein effekt den habe ich noch nie aktiviert was soll das wie viele noch weil er kann noch irgendwas aktivieren du auf den friedhof dann kann ich jetzt so und ihm selbst begehen um das genau ja so ich beschwere nein den habe ich ganz schlecht in erinnerung was konnte er da ist die karte ja mann kontortet der täglichen bekommst hat das heißt es ist eine große ja ich erinnere mich hat eine karte gar nicht gut fand das ist jetzt schon ab ich habe recht stoppt okay ich will schon in Ruhe das ist aber von mir ich will aber mit eine runde ich habe meinen mein deck wieder in brain ja ich verstehe es nicht das ist ein dick er hat es aber auch eine extrem schlechte hand muss man sagen ich hatte nur fallen karten er hat das ist purer was jetzt passiert ach so er hat sie eine runde meine klasse verdeckte karte hatte ich besiegt ah nein das war doch gar oder doch was du da aktiv hast dass ich das nicht kann ähm ähm es ist ja welch der kann der hier das ja ja funktionieren ich könnte nein das ist egal ich verstehe nicht warum ich warum ich das nicht machen auch nicht so viele karten auf die schütteln er noch ein bisschen vor dem Friedhof ist so ja gar nicht so warum geht das jetzt nicht kommen ach so es geht doch was passiert jetzt habe ich mir ganze zeit aufgehauen aufgehoben ja da habe ich nicht verarscht mit ja 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 das ist ja ja ich habe mein kleines wie ich noch das kannst du vergessen nur doch ein kann ich irgendwo wie fährst denn auf deinem deck liegen lasst es doch einmal das ist immer noch eine auf die ich kann nichts machen das game ist verpackt bei mir ich sagte also ich will suchen soll sie das geht aber das hier doch wenigstens das game ist so easy alter nicht mit mir so unnötig ich habe das viel dass ich das sage ich schon mit schwiegelkraft umgebracht ich kann nichts machen ich kann offiziell nichts machen ich war da auf deinen zug ich hab meinen dud noch ja endlich kann ich was machen aber deswegen nichts es bringt nichts deswegen ich es jetzt mache es bringt nichts kommen hier ich mache das aber okay wenn ich ein bisschen glück hat dann geht es schon fit ja ich verstehe ich jetzt mal ich kann dein sexy ich schätze ich kann es nicht durch den exkilder töten der ist aber ich ja gar nicht schlimm ja ich bin beeindruckt von einer idee das wird aber nur nicht nein ich kann effekt nicht aktivieren war knapp ich sage es aber ob ich noch ein spiegel kraft habe oder magischer zylinder ich verstehe was konnte der noch mal aktivieren er hätte ich mal die negativierungskarten warum kreis aber nicht an richtig in ruhe lassen ach so ja so ein idiot ich kann ja auch nicht angreifen ja natürlich lang ja ich habe doch gesagt das ist bandkreis das geht unendlich lang denke ich mal ja ja und sobald du kannst diese karte von einem friedhof verbannen und dann ein wie unfair das ist und das ist das ein tag ich glaube ich habe auch nur ein 1 1 nicht sicher trägt zu werden das ist nur zu niemals kennst du die karte andere hier wird spiegelkraft er hat sich noch nicht ein und jetzt kann ich das gemacht und jetzt kann ich das sehen ich das sehen ich das wäre ich würde ich würde nennen Ambient wo Ohlma und dann okay 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 Ahaha Oh Klaus Spiegel das Ding was Achso ja stimmt ich hab ich hab den Zerbner ja greift doch an gestern die Dann du und dann kannst du zu Demir werden. Was machst du? Äh, den Effekt kenn ich nicht, aber das ist gut. Guck mal auf meinem Friedhof, was ich da alles verdeckt hatte. Jetzt kannst du zwei Garteneffekte von mir negativieren. Ich kann weder Karten noch Effekte als Reaktor auf die Aktivierung dieser Effekte aktivieren. Während des Spiels zu eines beliebigen Schildern kannst du das bitte finishen. Ich möchte nicht mehr leiden. Er hat einen Menschenfresser da, ich weiß es doch. Ja, ich kann die opfern. Ja, warte, warte. Okay, ne, ne, genau. Ne, ne, ich lief gar nicht mehr. Ja. Ich hab die Hoffnung aufgegeben inzwischen. Ja. Ja. Was machst du? Denk an, der perfekte Vogel da. Ja. Scheiße, ich kann den nicht aktivieren. Aber den kann ich aktivieren, die Karte kann ich nicht. Oh. Ja. Und lass mich mal noch 16 zugelegen. Dein Maul. Nein, nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Eine Runde. Easy. Ah, war knapp. Ich hab ja auch gar nicht ernst gekämpft. 10 Minuten, 15 Minuten. 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, ihr habt dich gewinnen lassen. Komm, noch eine Runde. Okay, gut. Komm, noch eine Runde. Schneiden wir raus. Hallo, ihr hattet. Bei mir habt ihr sonst gar nicht hinterwohlen. Bei mir habt ihr einen Rund. Verleihe bei mir. Äh, soll ich das gleiche Deck spielen oder noch ein anderes? Oh, jetzt mach mal schnell, man sieht, wie ich das Deck eingespeichert habe. Oh, man sieht's gar nicht. Doch, man sieht schnell. Ich spiel ein anderes Deck. Nein, geht nicht. Schnell. Okay, okay. Was nimmst du? Ich werd' nicht verraten, welches Deck ich nehme. Äh, steig. Nein. Scheiße! So ein Loser. Ich hab' nur wieder Second to go angeklickt. So, du. Dann du. Ich bin ja maximal braindead. Och, nein. Nein. Och. Oh. Dann du. Weil, was machst du, wenn's jetzt verbannt ist? Ja, gar nix. Und dann du. Hast du einfach verloren? Ja, tatsächlich. Ne, ich kann auch, ich kann auch Deckdruck von dir spielen, aber ich wär's sehr viel früher sterben. Warte mal, glaubst du etwa? Ich weiß nicht, dass da menschenfresser ist. Ja, was? Ja. Was? Was? Aktiviere nicht! Ach. Was ist das denn, äh, Gris? Ja! Her damit! Ich steim, du dro- Ach. Und was ist das? Ach. Ach. Ich steck hier, ähm. Was ist das? 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 Oh, Spiegel? Krass. Deswegen ist, die kann ich setten. Ist mir egal. Äh. Battleface! Hast du auch so schön wie... Achso, ich hab doch... Du hast gespecialdings. Du hast gespecialdings. Ja. Das ist richtig. Richtig, wichtig. Wie was? Yes. Und noch den hier. Let go. Verbanden wir dich, du Pisser. Komm her, mein Jung. Und jetzt kannst du noch ein... Beschliff. Ich denke, es... Hast du irgendwelche Monster? Nein, du hast ein Monster. Ich vertraue dir nicht. Ach, scheiße, stimmt ja. Das habe ich vergessen, habe ich vergessen. Was wollte ich gerade noch machen? Ich wollte noch irgendwas machen. Achso, ups. Ja, genau. Habe ich schon vergessen. Äh, die Frage ist... Da kann ich auch mal hier... Habe ich auch mal hier... Habe die mit denen du hießt mit Text. Hä, wenn du jetzt noch... Hä, hättest du nicht noch ein Vieh beschweren können? Da hättest du dich schon gewonnen. Nein, welches? Meinst du so schwarzer? Ne, dafür brauche ich drei. Ne, du hast doch einen weißen Drahten noch auf die Hand bekommen. Du hast angegriffen. Ja, aber ich konnte ihn nicht beschwören. Äh, warum hast du deinen eigenen Angriff negiert? Nein. Oder halbiert? Nein. Mein Angriff erhöht? Er hat doch gerade 5600 oder nicht? Du hast gerade 2800. Das glaube ich hier gerade gar nicht. Kann man doch nachreden. Du musst irgendeinen Back... Ich werde das so aus anderem schneiden. Ja, der ist gut. Der kann... Äh, warte. Aber ich hatte... Jawohl. Was mache ich weg? Das mag ich gar nicht. Ja. Okay, alles gut ist ja gar nicht lang. Ja, nicht lang. Ist ja nicht schwer. Ja. Äh, warte, was war der? Äh... 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 Warte, warte, warte... Ja, la, komm her. Kannst du noch einen von den Büchern beschweren? Äh, was kommt denn nochmal? Ja, lege ein Gierzimmer auf dir. Du kannst diese Karte mit zwei oder... Das denke ich, das kann ich doch... Äh... Das ist mein Lieblingsvieh, Leute. Äh, deswegen ist... Ah, du hast gar keine Monster. Hm. Warte, soll ich dich töten? Mach's wie du denkst. Warte mal, Monster with 1000 Pfeiffer... Ach! Kannst du ihn zerstören? Oder er ist sein Dings dagegen an... Äh... 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 Der geht doch, oder nicht? Scheiße, ich hab' verloren! Äh... Oder soll ich dich eigentlich schon erleben lassen? Kannst du mich machen? Ich glaube, ich werde nicht so viel darin ändern. Außer ich hab' extreme... Oh, ja, ja, extra, extra so wenig wie möglich. Oh, ja, 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 extra, extra so wenig wie möglich. Ich hab' ja... Ich hab' ja viele Sachen angegriffen. Ich hab' ja sehr leicht ein Leben erhalten. Das heißt, ich hab' ja... Ja. Ich hab' ja schon mal 700 alt alt alt. Man sagt... Ich hab' ja nicht den... Schwarz-Rotäugigen-Schwarzen-Drachen-Hälte der ganze halt unfair irgendwelche Drachen wiederbeleben kann das so unfair. Gut, dass er limitiert ist auf eins. Ja, ja, ich hab' ja viel. Ich hab' ja viel Spaß. auf der hand ich glaube dass zwei teile auf der hand wer weiß wenn die karte kaputt macht man sich aufgeben wie gesagt easy sogar ich war so gut ich hab mein gegner aufgeben das zählt nicht jetzt und er hat es letzte runde auch eine richtig gute hand da habe ich einfach nicht ernst gespielt ich hab dich doch mal gewinnen lassen du hast du vor der Aufnahme Leute er sagt so ey lass mich mal den ersten Kampf gewinnen so damit meine Zuschauer nicht denken okay was nimmst du was hast du genommen Papier okay yeah scheiße okay dann kann ich mir jetzt einen Schluck Wasser in meinen Mund nehmen ja Beschwörung ja weiß er jetzt schon was das wird ja hör auf bitte ich niemals jetzt hat er wieder einfach wieder op wie ja das ist so und lustig das gleiche schon noch so das ist und ich kann den aktivieren ich bin die Karte nicht mehr mehr ich hab ich vergessen naja das war dumm meine Döte Döte Hupen 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 hab ziemlich unfaires glück gehabt du bist tot ich weiß ich habe nur dafür ich habe es einfach in angriff gesetzt komm herr jung komplett los ach so danke für den tipp jungen battlephase weg mit dem hier was kannst du dagegen tun ich dachte jetzt bleibt einfach stehen ich hab das gefühl der da ist gefährlich ach keine ahnung bitte lass meinen was also ach so das war die fähigkeit du mieser bastard und jetzt ich möchte das nicht an ich möchte ab wie dumm alter er tötet man schwachen ha schätze was passiert in dieser psaläger schickte ich was mache ich denn jetzt aber er ist bei der ich mache an der mingau er hat immer kommen es hat sich das nicht nur noch nicht die Prozent der Fassierer Quatschier jürgen alle sind Prozent Als Copyright, wahrscheinlich. Accept it. Das kann dieser entstehen. Okay. Ah, uh. Okay, aber naja. Aber lohnt sich nicht für mich. Was ist das hier? Okay, nee, dann nehme ich einfach den hier. Automatisch, Karten. Äh, damit sich der Kelleck jetzt auch verpisst. Oder mach's wieder. Ja, ja. Aber du verlierst deine X-Ease-Karten. Ähm, Material ist ganz gut. Ach, das find ich jetzt gar nicht cool. Ich schon. Das Ding ist, du denkst, du kennst jetzt meinen floteugigen... Warum hast du 4000 Attack? Äh, das verstehe ich gerade auch nicht. Äh, was? Äh, bei Tributing 2 Monsters... Nee. And if you banished an X-Ease-Monster, discard against 500 Attack for each material it had. Wenn it was banished. Okay, ich bin mal von 500 ATK, wenn du mir ein X-Ease-Material wegmachst. Und so wie ich das sehe, ist es permanent. Waaat! Dann hätt ich doch den Feuilligen da holen sollen. Ja, egal, greif doch an. Ach, Digga, jetzt holt er den da. Ja, das Witzige ist, ich glaub, dadurch behalte ich den. Nein. Angreif! Ach ja? Wo auch immer der... Menschenkäfer! Was ist so? Bitte bau den mal wieder in dein Deck ein. Einfach random so. Ja, ja. Bitte, bitte zieh was Gutes. Bitte Hand, bitte. Bitte. Ja, ich hab nicht zugehört. Äh... Das ist geil, das wusste ich gar nicht. Warte, FD... Battles. Heißt aber nicht, dass durch einen Effekt gekillt wird. Ja, 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 ich weiß. Und das bedeutet... Dass er nix gegen den Bar auskabiert. Achso, ja, okay, gut. Achso, ja, der war doch kacke, oder? Er hat die Verteidigung stellen sollen. Dann kannst du doch noch einen Typen beschweren, oder? Ja. Wo gehst du in die Bette gehen? Also, greif mich lieber nicht an. Oder hast du den falsch ausgewählt? Das ist jetzt meine Hand. Ich hab ja zwei von denen. Ja, das sei jetzt nicht so smart von mir, um ehrlich zu sein. Was ist das denn? Ich hab ja Spiegelkraft auf der Hand i6, ich würde es nicht riskieren. Äh... Ey, ich bin ja maximal dumm. Sind sie das Karte? Sind sie hier mit Pendry B1 von... Äh, ja, hey. Digga, ich bin ja so dumm. Wie kann man denn so dumm sein? Aus dem Weg! Stopp! Ja, ja, Spiegelkraft! Okay, hab gelogen. Ja, den hätte ich doch noch aktiv... Äh... Pechel zusammen können. Ah, okay. Aber so, ich weiß, es ist deiner doch... Äh... Bringt nichts dagegen, gell? Weil, ja, doch. Ich glaub schon. Ja, ja. Wieso? Das ist ja übelst dumm. Der hatte nie eine Protection dagegen. Ich dachte, er hätte eine Protection... Ich glaub, ne, scheiß, es ist kein... Ja, okay, dann so. Ach, nicht die Dinger schon wieder. Ich weiß nicht, wer als nächstes in die Runde kommt. Äh, warte. Kann ich den Spitz? Ohne Tribut. Ja! 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 Warte. Komm, bist du im Verteidigungsverrat? Ohnein! Ohnein! Konnte ich das auch nicht? Okay, ähm... Angriff! Spiegelkraft! Was? Nein. Ich hab doch gar keine verdächte Karte. Was? Aber jetzt hast du den Kampf aktiviert. Jetzt hab ich Spiegelkraft! Was ist das für dummes Metal? Die Aufnahme geht gleich 30 Minuten. Wir müssen, äh... Das ist letzter Fight, ne? Okay, Beidung. Nein. Ja! Nein! Da bist du! Aktivieren! Ich hab Level 1 bei der Ende des Turn-Allo! Ich hab ein Galaxie von deinem Deck zu deinem Hand. Ja! Achso, das ist richtig. Achso, ich verstehe schon jetzt hast du. Ja, genau. Und jetzt kannst du wieder den Schwarzen. Was? Äh, achso, ich meinte, äh, egal. Was machst du? Scheiße. Scheiße. Scheiße! Ja! Ja! Ja, ich kann ihm zählen! Oh! Ah, okay, okay. Du hast ja nur einen. Ja! Was? Leute, was? Was kann der? Ich weiß es auch nicht, ich hab irgendeinen Effekt aktiviert. Äh, danke! Ah so, achso, achso, okay. Oh! Hä, ich hab irgendeinen Effekt beim... Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! es sind beide was kommt richtig du kannst hier nicht wenn ich scheiße einfach mal aber ja ich glaube der bringt gar nichts ich kann jetzt noch attacken das was jetzt bitte nicht gut ist ja nein stopp also glück gehabt glück gehabt ja bitte danke oh mein gott 50 galaxie drachen aber ich weiß ich glaube das geht für eine runde ach so ich will ja nicht sagen aber er hatte ja nicht schon nächste runde war dann mal das heißt er hat nur dreitausendet die fünfte werden sind angreifen aber es bringt ja nichts war so ein paar älter des karten jählen wir können wie er ist egal Prozent Prozent Karte ist neu aus da bin mir wirklich nicht oder dass ich jetzt nur so verarscht und ich habe aber was da ist was was Aja Reiner 8.000 ja nicht 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 den Elisa und wenn er jetzt meinen meinen Blu-Eis damit dass er ihre ich habe noch eine Idee er hat noch stärkeres beschweren waren es aber der hier zurück mit 8.000 auf einmal auch noch ja unbegründet äh you can detach one card once per battle, this card again attack equal to the count of all Exists, man kann nur den vierten mal zwei ja nein 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 das ist cheating ja lass mich noch den Effekt aktivieren ja hä hä oh ja geil ja ich habe überlebt mit ach und krach mit was mit ach und krach was ist das was sagt man so verp kann es sehen aus warum ist der jetzt immun dagegen welcher der deck der 8k typ das ist maximal dumm das ist maximal dumm das ist maximal dumm ich glaube ich weiß warum ich den im deck habe hä warum äh weil da irgendwas gut ist dann die die ich glaube der könnte wohl angst bekommen ich glaube der konnte ja aber bringt ja nichts kaputt danach aber so ein fehler in die verteidigungsposition also der link ist ja jetzt in den linken kann ich ja nichts machen momentan doch kann ich verpiss dich also das ist einfach du hast einfach nur keine ahnung vom spiel das scheiße mann ich ja so das ist ja so ein schwitzer scheiß mann bitte nicht gewinnen aber schon nah dran ja das lohnt sich ja doch ich hätte so ehepa die erste der drange weil warum guck ich jedes mal nach was er und er ist er das war doch egal wie lange geht ihr auch mal schon 35 minuten r ja die geht nicht weg akzeptiert und die bringen ja jedes mal ein Drachenbomb und verstehst du das auch nicht ja aber war der der effekt kann noch aktiviert werden ja danke also ähm er geht nicht nein ja Mann ich denke ich glaube ich kein ja oh äh 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 ich war gar wieder nach oh weise stimmt ich habe gewonnen das ist so ehrenlos mit ehre ich habe dich doch auch in ruhe gelassen easy da hätte mir gedacht die aufnahme ist zu lange hätte ich leben lassen tschüss leute war easy win zwei zweimal von drei matches habe ich gewonnen einem hab ich ihn gewinnen lassen von daher gut ich habe mich nicht gewonnen ich habe mich nicht gewonnen Untertitelung des ZDF, 2020